Scheiße, fuck man, ach du scheiße, ach du scheiße, alter Leute, es geht hier richtig ab jetzt, ne? Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Battle Wars, Kampf um die Krone, es steht 33 zu 17 und es geht hier richtig heiß her. Don muss jetzt mal zeigen, wo er, ne? Wo er seine Axt hängen hat. Jetzt bringe ich dir. Weil wir sind unter der Karte, ne? Ich fahr schon mal im In... Fuck! Ich bin schon hängen geblieben. Zwei Runden, dreieinhalb Kilometer pro Runde. Es wird also spannendst. Was ist das denn? Okay, hier geht's schon nicht weiter. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße? Hä? Ich seh nichts. Alter! Heftige Scheiße. Hä? Hä? also jetzt erst wieder aua don holt sich die punkte hat gewonnen hat gewonnen das geht denn hier ab das ding fährt richtig scheiße also du sagst das wäre dein erstes rundenrennen was du gewonnen hast oder was wenn ich es denn gewinnen würde der kommt da raus Der Niranda-Taler. Boah, Alter, was ist das denn, ey? Dohn holt sich die Punkte. Dohn holt sich die Punkte. Vielleicht bleibt er auch noch irgendwo hängen? Mit Sicherheit wieder irgendwo. Ja, dann hole ich mir die Punkte. Boah, diese Aids-Röhre, ne? Haha, Aids-Röhre. Ja, aber immer noch eine 5-Punkte-Runde. Ich kann ja mal die Ergebnisse vorlesen aus den Disziplinen. 13, 2, 10, 5, 7, 3 und 3 zu 7 steht es derzeit noch. Endergebnis ist 33, 17. Wir müssen jetzt mal gucken, oder Zwischenergebnis. Wie das denn hier bald aussieht. Das war doch das Ding, was so heftig in Warwrites ist, ne? Was so heftig beschleunigt dann plötzlich. Oder? Ja, heftig scheiße. Das war doch der Blazer. Okay, was ist das jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, Gott sei Dank. Irgendwo hakt Spaddon. Das heißt, ich hole mir jetzt nochmal schnell 5 Punkte. Boah, Alter, dann krüppelt er richtig hoch jetzt. Hä? Ja. Gott sei Dank, ich hole auf. 49 Sekunden noch, dann habe ich Dona erreicht. Hä? 54 Sekunden? Was ist das denn für eine Kacke? Ja, ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Beste. Das ist einfach so. Nicht einfach den Respawn, oder? Oh nein. Das ist einfach so. Fuck. Das hat nichts mit Blick zu tun. Das ist einfach... Es war doch klar. Das haben wir doch schon so oft gehabt. Und ich komme nicht drauf. Und ich bin abgeschmiert. Abgeschmiert auch noch? Nee. Ja. Ey, es hat nichts mit Blick zu tun. Das ist einfach können. Es ist einfach so. Irgendwie habe ich es mir schon gedacht mit dem Stoppschild da. Das sah mir schon so, weil die ganze Karte unter Wasser gewesen ist. Da musste irgendwas sein. So schnell kann sich das Blatt drehen. So, jetzt kommt diese komische Kacke hier. Die kann ich nämlich wieder nicht. Ich sehe gar nichts, ne? Ich mache es einfach rückwärts. Alter, mit zum Spin. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich komme mit dieses sichtbare, unsichtbare sonst was, Alter. Das ist ja richtig für den Arsch. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier gerade vorankomme oder nicht. Ja. Ich bin gerade da die ganze Zeit rückwärts durchgefahren, weil ich es nicht mehr gesehen habe. Wow. Ey, was ist jetzt los? Da komme ich doch voran. Hä? Ach, in der Stau-Mauer bin ich gewesen. Du, was soll ich sagen? Es sieht ganz schlecht für dich aus. Ein Fehler und die ganze Runde dreht sich. So wie mein Fehler jetzt. Er wird 110 wieder sterben. Scheiße, fuck, man. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Alter, Leute. Es geht hier richtig ab jetzt, ne? Ach du scheiße, man. Das ist unnormal. Den verkacke ich nicht. Diesmal nicht. Ich aber auch nicht. Wow, Alter, ist das heftig jetzt. Also, der Erste, der einen Fehler macht, ist sofort raus. Oh, diese Aids-Röhre, ne? Ich habe keinen Bock, jetzt zu verkacken, Alter. Oh, er ist direkt hinter mir, Leute. Er ist direkt hinter mir. Alter, guckt euch das an, Mann. Na du, was ist los? Ich bin hinter dir. Aber ganz knapp. Oh, jetzt kommt auch noch Wüste. Boah, Alter, Alter, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich hasse das, wenn irgendwas hinter mir ist. Ja, ja. Jetzt kann ich ja kaum hier stehen bleiben. Jetzt laufe ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Gass du kackt, Möhre, Alter. Weiter, 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 weiter. Oh, der Checkpoint ist schon fast im Boden, Alter. Ist doch klar, dass man da langen muss. Oh, das ist ein ganz knappes Ding. Alter, das ist ein richtig knappes Ding, Mann. Jetzt machst du einen Fehler. Nein, es ist so. Es ist so. Es ist so. Ja. Ja. Alter, es ist wirklich so. Junge, als hättest du meinen Controller bewegt. Als hättest du meinen Controller bewegt. Du sagst, du machst einen Fehler und direkt danach bin ich weggerutscht. Geil, Alter. Einen Meter vorm Ziel. Ey, wir haben das jetzt schon drei oder vier Mal gehabt, ne? Das ist so unendlich knappbar. Ja. Das hatten wir sonst nie. Nee. Ey, das ist wirklich, als hättest du den Controller einfach wegbewegt. Genau wo du es gesagt hast, dreht sich die Karre. Weil die Röhre kacke ist, Alter. Da habe ich letzte Runde auch scheiße gebaut. Also steht es 23 zu 22 und wir sehen uns beim nächsten Mal.